Rick, 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 zeig mir mal einen Trick. Trick sind Rick. Ich zeig dir heute den Backflip. Let's go! Warte, warte. Ich zeig dir einen Trick. Yo, Charlie, was für einen Trick? D-Trick. Okay. Schritt 1. Linker Fuß kommt nach vorne. Gewicht auf den vorderen Fuß verlagern. Schritt 2. Du nimmst den rechten Fuß, schleuderst ihn vor dem linken und machst so einen Ausfallsschnitt zur Seite. Schritt 3. Der Behind the Back. Schritt 3. Du spielst den Ball hinter dem Rücken durch und spielst ihn dann durch die Beine. Und im Schnelldurchgang sieht das so aus. Ist doch easy, Leute. Let's go! Das ist doch nicht auf den Weg!